Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also Kartoffeln haben wir jetzt schon und jetzt brauchen wir nur noch Mais, Kidnappbohnen und noch andere Zutaten für unser Gericht. So, das Einkaufen haben wir jetzt geschafft, jetzt haben wir alles barrenamt und jetzt holen wir unsere Gäste vom Bahnhof ab. Musik Und dann fangen wir gemeinsam das Kochen an. Musik 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 Wir haben jetzt schon alles hinterher geschnitten, das Salat ist auch schon fertig, momentan braten die Kartoffeln, dann geben wir gleich noch ein Mais, Kidneybohnen und Tomaten rein und dann schauen wir mal, ob es was wird. Musik 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 Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass uns heute alles Spaß macht, miteinander zum Kochen und dass uns auch alles schmeckt und das Ziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Musik Und wie fandest du den Tag, Khalil? Es war wirklich toll heute. Erst euch zu treffen und dann mit euch zu kochen und das Essen war toll. Es schmeckt sehr gut. Und ja, wir hatten Spaß heute. Ich hoffe, wir können wieder einmal zusammen kochen. Es war wirklich nett. Danke. Es war wirklich ein super schöner Tag, uns hat es wirklich alle total Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das auch bald wiederholen können. Und ich bin sehr süß, dass wir noch keine jacket kommen. Ich bin sehr süß, dass wir die..., ich bin sehr süß. Und ich bin sehr süß. Das war sehr süß! Untertitelung des ZDF, 2020